Rinder haben immer Hunger, so heißt es doch. Ja, und schottische Hochlandrinder, die haben offenbar besonders viel Appetit. Sie fressen alles kahl, beschwert sich die Mainz-Bingener Kreisverwaltung über eine Herde, die im Selztal steht. Dabei sollen sie genau das tun, aus Gründen des Naturschutzes. Rasenmäher mit Hörnern und vier Beinen. Ökologisch völlig korrekt. Schottische Hochlandrinder, die Wildwuchs und Buschwerk kurz halten. Ganz so wie in freier Natur. Doch inzwischen stößt sich die Kreisverwaltung Mainz-Bingen am Hornvieh. Das heißt, dass zu viel gefressen wird, dass hier durch die Hufe Trittschäden entstehen und die Flächen dadurch gestört werden. Um die Pflege des Naturschutzgebietes bei Hanheim kümmert sich Jochen Fiala seit zwölf Jahren. Kostenlos und ohne jedes Honorar. Er ist der Besitzer der Rinderherde. Zwei Millionen Euro hat die Landesregierung schon ausgegeben, um Wiesen und Äcker am Ufer der Selz wieder in den Naturzustand zu versetzen. In diesem Konzept sorgen Rinder dafür, dass die Landschaft offen bleibt. Doch jetzt hat Jochen Fiala Ärger. Deshalb mussten wir die Konsequenz ziehen und mussten hier die Beweidung, die Bewirtschaftung durch ihn untersagen. Die Rinder fressen alles kahl, so der Vorwurf. Aber genau das ist eigentlich ihr Job. Wenn sie Kiebitz zum Beispiel haben, dann muss die Fläche ganz flach abgefressen sein. Kiebitz ist ungefähr taubengroß. Wenn der eben Futter auf der Nahrungssuche ist, dann muss das Gras sehr niedrig sein, damit er überhaupt Futtersuche durchführen kann. Und das wird hier eben gezielt mit dem Biotop-Betreuer, mit den Fachleuten abgestimmt. Jochen Fiala meint, bei dem Streit geht es gar nicht um Naturschutz. Denn immer wieder haben sich Jäger bei der Kreisverwaltung über seine Rinder beschwert. Es geht hauptsächlich darum, weil das so eine offene Landschaft ist. Die Jäger wollen mehr in Dickicht, wo praktisch dann Rehe da ihren Einstatt, ihren Rückzugsgebiet haben. Und wie gesagt, dieses Offene, das denke ich, ist nicht so ganz der Wunsch. Nur Jäger ist halt Hobbyinteresse. Darum geht es halt hier in dem Gebiet. Nur relativ randlich einfach. Die Selz-Talrinder. Ein Vorzeigeprojekt des Mainzer Umweltministeriums. Matthias Schneider ist dort für die Biotopentwicklung an der Selz zuständig und durchaus zufrieden mit den vierbeinigen Rasenmähern. Was entscheidend ist, glaube ich, das ist auch gutachterlich belegt, ist, dass in den Bereichen, wenn keine Beweidung stattfindet, die Vogelschutzziele aktuell nicht erreicht werden. Zwar sind die Vogelschutzziele erreicht, dennoch hat die Kreisverwaltung den Vertrag mit Jochen Fiala gekündigt. Kann es da nochmal zu einer Zwangsräumung der Rinderherde kommen? Also das ist ein Mittel, das wirklich das aller, aller, allerletzte wäre. So weit soll es nicht kommen. Der Rinderhalter will das nicht hinnehmen. Und wenn es keine Einigung gibt? Denke ich, das werden wir dann sehen, aber ich werde es also auf jeden Fall auch gerichtlich durchsetzen. Geschützte Vögel, satte Rinder, zufriedene Naturschützer. Ein friedliches Bild wäre da nicht die Kündigung aus der Kreisverwaltung. Vielleicht setzen sich die Beteiligten doch nochmal zusammen, bevor es vor Gericht geht. Und wenn Sie die Hochlandrinder selber mal sehen möchten, Spaziergänger sind im Naturschutzgebiet bei Harnheim immer willkommen. Die einen schwören...